Willkommen im neuen Video. Heute zeige ich euch, die Natur macht so wunderschöne Sachen und wenn man mit offenen Augen hier läuft und dann gibt es so ganz tolle Beeren mit wildem Bein an so sonnenverwöhnten Mauern. Und wenn man mit offenen Augen durch die Natur läuft und wenn man liebe Leute kennt, wo man sowas schneiden darf, ich habe da ganz tolle Kontakte, ein ganz herzliches Dankeschön. Dann kann man mit Hilfe dieser tollen Gartenschere den wilden Wein schneiden und heute zeige ich euch, was man Schönes aus diesen traumhaften Beeren machen kann. Aber wie immer gibt es dann viel, viel mehr nach der Intro. Bis zum nächsten Mal. So, zurück bin ich im Laden mit meiner Beutel gelandet und ich kann euch mal so einen kleinen Einblick in meinen wunderschönen großen dicken Beutel gewähren, wo ich diese ganz tollen Beeren von dem wilden Wein auch lagere. Wenn ich die jetzt ein bisschen länger hier lagern wollte, was ich gar nicht vorhabe, ich will sie eigentlich verarbeiten, dann würde ich hier mit einem Sprüher ein feuchtes Medium machen. Sprich, ich würde einfach einen, wo habe ich ihn denn, genau, hier ist er, hinter all den Vasen verborgen, habe ich einen so ganz normalen Sprüher und mit dem einfach so ein paar Sprühflöße rein mit Wasser und dann, das macht die super haltbar. Und ansonsten kann man die ganz toll zum einen natürlich in Blumensträuße, kann man die wunderschön in Blumensträuße verarbeiten. Also hier habe ich die jetzt den Wein gedrahtet und habe den mit einer Hortensie gebunden und habe eben an allen Seiten raus, kommt dieser schöne wilde Wein raus und gibt diesen bärigen Charakter und entweder man nimmt bärige Elemente, zum Beispiel passend zu Sonnenblumen, nimmt man in Rot hier diese bärigen Elemente, diese Feinhaagebutten oder andere, gibt ja so viele Früchte oder eben zu diesem rosa-pink passt das ja auch super, super schön, der wilde Wein. Und dann ist mir eigentlich dann noch, da habe ich gedacht, ach, es geht ja eigentlich nicht nur mit Sträußen, geht auch in Kränzen, ja, es sieht super schön aus, wenn man in so eine richtig schöne feste Hortensie in Kranz wickelt. Mir sieht das auch traumhaft schön aus, weil das ist jetzt, das ist jetzt mal dieser wilde Wein und ich werde auch noch Kränze wickeln auf jeden Fall, weil ihr seht, ich habe ja genug, ne, Luxus. Ja, und dann habe ich noch gedacht, naja, ich habe ja in einem der letzten Videos auch noch so schöne Ideen, habe ich das oder kommen die noch? Ja, auf jeden Fall gibt es so schöne Ideen mit Flechtenzweigen, ja, diese wunderschön besetzten Zweige mit diesen gelb-grauen Flechten, mit dem Moos dazwischen, Hammer, ja, die machen so viel Stimmung in den Arbeiten und das Schöne ist, sie halten ja auch toll. Und jetzt habe ich einfach mal ein schönes Flechtkörbchen genommen, auch von dieser Sorte, die ich auch so richtig gern mag, diese tolle, stabile Flechtung. Und ihr wisst ja auch, klar, werden die ein bisschen poröser, wenn man die draußen stehen lässt, diese Flechtkörbe. Aber was die super haltbar macht, wenn die irgendwann, also jetzt ist der natürlich nagelneu und Picovello, aber wenn die ein bisschen poröser werden, kann man zum Beispiel Klarlack nehmen. Ich nehme das immer ganz gerne als Spray, sprühe das ein bisschen an und dann macht man sofort wieder die Poren zu und dann wird der Prozess, dass die irgendwann poröser werden, einfach gestoppt und das ist ein ganz einfaches Mittel. Und dazu mache ich euch nochmal den Bestellink für den Klarlack rein, weil Körbe und die eben so schön zu erhalten, ist ja wirklich ganz, ganz toll. Ja, jetzt habe ich so als schnelle Idee, man kann natürlich die Erika, ist jetzt zum Herbst so toll, man kann die natürlich auch pflanzen, aber ich habe gedacht, ich mache jetzt so als ganz schnelle Idee, ich nehme die Erika einfach und habe jetzt den Korb in der perfekten Größe genommen, so dass ich die hier rein stelle und es sieht schon super süß aus. Und damit ich einen wunderschönen Kontrast habe, habe ich hier so einen schönen weißen Kürbis im Laden ergattert. Und das Thema Wein, zum Wein kommen wir nachher noch, ja, weil ich kombiniere natürlich immer total gern meine ganzen Themen, Flechtenzweige, Wein und bei dem Wein gab es nicht nur diesen beerigen Wein, sondern es gab auch noch diese schönen Ranken und wenn ich sowas sehe, man muss natürlich die ganzen Blätter abzupfen, weil die Blätter, die werden als erstes schlecht, das heißt, die Blätter, die muss man auf jeden Fall entfernen, weil man will ja eine schöne Optik und wenn diese Weinranken, also die darf man auch nicht zu Hause jetzt so lagern, weil die sind nur, wenn sie frisch sind, biegsam und wenn die eine Weile lagern und trocken werden, also draußen lagern geht, ja, aber wenn die drin lagern und trocken werden, dann sind die brüchig und dann könnt ihr natürlich nicht mehr das damit machen, was ihr gern wollt. Und ich habe jetzt so ein, ja, ich habe immer irgendwelche Pläne und Gedanken, ich wollte diesem Kürbis gern ein kleines Nest wickeln und wickeln, wickeln mache ich ja immer super gern, wer meine Videos kennt, der weiß das, ich wollte gern ein kleines, ja, ein Nest aus diesen Ranken, in das der Kürbis reinkommt, mal gucken, ob ich die richtige Größe finde, wir werden es sehen, ich probiere es einfach, im Grunde genommen habe ich nur einmal einen Kreis gemacht, habe das Ganze miteinander verdreht und wickele auch so, dass ich eben so ein kleines Kränzchen bekomme, wickele einfach, ich hoffe, das kann beim Video alles gut genug sehen, das ist immer so, ja, selber macht man das immer so mit schnellen Händen und ihr seht, ich habe jetzt also kein Draht benutzt, ich habe keine Hilfsmittel verwendet und schon ist dieser schöne, ja, dieser schöne kleine Ring, ja, dieser Mini, dieser Mini-Kranz, ja, also manchmal knackt es natürlich doch, wie ihr hier gerade gehört habt, und schon ist dieser Mini-Kranz fertig, ihr könnt natürlich auch ein bisschen Draht verwenden, das ist nicht verboten, dann hält der schön zusammen, weil ich glaube, der Rest, so, der Rest will nicht mehr so ganz, oder man steckt einfach, ne, jetzt, jetzt hält er schön, ja, und wenn der einmal so angetrocknet ist, dann bleibt der so, dann verändert er sich nicht mehr, aber jetzt, ja, und jetzt haben wir doch ein wunderschönes kleines Nest für meinen Kürbis, und ich probiere einfach mal, so, ich probiere einfach mal, wie das so aussieht, genau, das Problem ist natürlich jetzt auch, der Kürbis, ich wollte den ganz gerne festmachen, und eigentlich wollte ich auch noch gerne Flechtenzweige in dieses Arrangement machen, und damit diese Flechtenzweige fixiert werden, brauchen wir mal wieder Draht, ja, das heißt, ich gehe, ich nehme einen schwarzen Steckdraht, ja, und gehe in dem, durch den Flechtenzweig, Drahte, Drahte den um, so, Drahte den um diesen Ast rum, sieht man das, ich bin also hier drüber gegangen und habe ihn hier drum herum gedrahten, hier sieht man die Drahtstelle, der ist jetzt einen Tick zu lang, ich muss mir mal ganz kurz meinen, meine Drahtschere, hier ist natürlich eine richtig gute Drahtschere, so, mache den etwas kurzer, und kann den dadurch auch in dieses, in die Erika, in der Erika kann ich den wunderschön fixieren, das sieht schon sehr, sehr, sehr nett aus, und dann habe ich noch, also ich dann natürlich noch das Problem, dass ich eigentlich gerne, ich glaube, ich brauche gar nicht so viel Flechtenzweige, ich muss irgendwie diesen Kürbis noch fixieren, das Problem löse ich gleich, kurz nachdenken, weil Touristen bekommen ja eigentlich mit Drähten fast alles fest und fixiert, aber ohne Drähte werden wir auch aufgeschmissen, das sage ich auch ganz ehrlich, aber mit Draht geht das alles immer super, und muss natürlich auch alles einen gewissen Halt haben, und wenn der Kunde das jetzt mitnimmt, dann darf das nicht auseinanderputzeln, und ich habe eine Idee. So, also ich habe jetzt etwas Steckschaum genommen, habe den passend für das Körbchen geschnitten, decke diesen Steckschaum aber noch mit etwas Moos ab, weil ich möchte ja nicht, dass jemand die Technik sieht, wie ich das gemacht habe, das reicht ja, wenn ihr das seht, und nehme Drahtstückchen, die kann man immer mal aufheben, wiege die zu einem U, ja, und fixiere das Moos auf dem Steckschaum, so dass keiner sieht, was ich da alles angestellt habe, und nehme natürlich dann auch die, und fixiere auf genau dem gleichen Weg, fixiere ich dann noch mein kleines Kränzchen, mein kleines Rebkränzchen, auch auf dem Steckschaum, müsste ich im Grunde genommen genügend Festigkeit haben, dass, also klar, kann jetzt jemand das Ganze umdrehen, dann würde der Kürbis rausfallen, aber jetzt habe ich so viel Festigkeit erreicht, von meinem ganzen Arrangement, dass auch mein Kürbis halten müsste, habe meine Flechtenzweige drin, und eigentlich wollte ich auch total gern noch mein Wein mit reinbringen, in dieses Arrangement, und da nehme ich auch ein richtig schönes Bündel, mache die Blätter ab, weil die halten ja nicht, wie wir wissen, so, nehme so ein kleines Bündel, damit ich den auch fixieren kann, gehe ich her, erstmal schneide ich das Ganze ein bisschen kürzer, lege den Draht, genau, so kann man das jetzt gut sehen, lege den Draht hier parallel zu meinen Beeren, biege ihn um, so, das muss man immer zum zeigen, muss ich das immer noch mal ein bisschen anders halten, und gehe um, um die Stiele herum, mit meinem Draht, und habe damit, habe damit jetzt einfach das Ganze so angetradet, ja, sieht man es, ja, und dazu brauche ich natürlich auch wieder ein Draht, der nicht zu dick ist, also kein 10er Draht oder so, sondern 8er Draht, und der nicht zu dick ist, damit ich den auch wickeln kann, wenn ich jetzt so einen dicken Draht nehmen würde, wie der, den wir für die Kerzen nehmen, zum Andraten, dann könnte ich den, dann könnte ich den natürlich nicht hier so wickeln, und damit das Ganze hier auch schön hält, rate ich das in dem Körbchen, und jetzt habe ich ja auch mit ganz einfachen, mit ganz einfachen Mitteln, ein kleines herbstliches Arrangement, ja, gearbeitet, und wo sich die Elemente, auch wenn irgendwas mal kaputt geht, kann ich die Flechtenzweige rausnehmen, kann den Kürbis wieder rausnehmen, und kann einfach was austauschen, wenn der Wein kaputt geht, also es ist alles ganz leicht austauschbar, und ich finde, das I-Tüpfelchen wäre jetzt eigentlich noch so ein Bändchen um den Korb, und ich finde, das macht eigentlich nochmal die Farbharmonie perfekt, das mache ich jetzt auch, aber das kam mir, ganz viele Lösungen, auch wie ich diesen Kürbis befestige, die Lösung kam tatsächlich wirklich erst beim Arbeiten, wie so oft, und ich nehme euch einfach immer mit auf meine Werkbank, und dann könnt ihr, dann könnt ihr mit bei der Entstehung, der Entstehung der Arbeit mit dabei sein. Ich mache jetzt hier nochmal eine Schleife, eine kleine, oder ich lasse das Band einfach so abfließen, und habe hier also ein richtig schönes, kleines, herbstliches Arrangement gezaubert, das auch ein wunderschönes Geschenk ist, ja, eine ganz tolle, einfache Geschenkidee, was immer bleibt, auch selbst, wenn die Pflanze nicht mehr schön ist, und auch wenn die anderen Bestandteile kaputt sind, ist auch der Korb, das heißt, also man hat auch, man hat dann doch auch etwas Bleibendes, was man schenkt, und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, und freue mich total auf eure Kommentare, und sag einfach wie immer vielen Dank fürs Zuschauen, und es ist, ja, macht echt Spaß, und nur so eine kleine Vorschau, es lohnt sich also auch, meinen Kanal zu abonnieren, weil wir sind hier schon ganz schön, ja, wir sind hier schon ganz schön emsig, weil ihr könnt so vielleicht zwar ahnen, so klein, ja, es gibt ja schon richtig schöne Sachen, und im Sommer werden bei den Floristen die Weihnachten, auch einige Weihnachtsartikel, zumindest die Unterlagen vorgearbeitet, und wir sind jetzt schon, also, ja, wir sind schon am Denken, es gibt also noch ganz tolle Sachen, und abonniert meinen Kanal, und dann seid ihr auch dabei, live dabei, bei den vielen schönen Weihnachtsideen, und ansonsten, schaut in meine Playlist Herbstideen, weil da gibt es noch viel mehr und tolle Grenze, und jetzt sage ich Tschüss, ihr Lieben, macht's gut, und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und viel Freude mit den Herbstideen und viel mehr in meiner Playlist, bis bald, Tschüss! Musik Musik Amen. Amen.